Bei Let's Dance tragen nicht nur die Kandidaten Woche für Woche atemberaubende Outfits. Auch die Jury Omotsi Mabuse wirft sich immer wieder in Schale. In der aktuellen Staffel ist der wachsende Babybauch der 37-Jährigen allerdings der absolute Hingucker. Doch nicht auf diesem Foto. Mit Sonnenbrille und in einem körperbetonten Kleid posiert die 37-Jährige Seite an Seite mit ihrem Jury-Kollegen Jorge Gonzalez. Doch Moment mal, was ist mit Motsis langer Haarpracht passiert? Normalerweise ist die dunkle Wallemäne das Markenzeichen der gebürtigen Südafrikanerin, doch hier grinst sie mit einem frechen Kurzhaarschnitt in die Kamera. Auch die Fans finden, dass dieser Look der baldigen Mama ausgezeichnet steht. Motsi sieht mit den Haaren so toll aus. Oder warum tut sich Motsi immer die Perücken an? Sie kann doch auch mit ihren Haaren in die Live-Show. Sieht doch mega aus. Lauten die Kommentare zu dem Schnappschuss. Ob Motsi sich so umstimmen lässt und in Zukunft vielleicht ohne Haarverlängerung die Let's Dance-Bühne betritt? Wir sind gespannt.